hallo und herzlich willkommen was geht ab hier ist das tag zum start und heute mit einem trading guide tutorial nach dem update wie man noch sich konzert reden kann man kann zwar nicht so gut wie davor machen aber man kann es immer noch machen und dabei sehr viel gewinn machen hier habe ich schon fünf leute ausgewählt mit denen das sehr gut funktioniert der preis von denen liegt zwischen was weiß ich 2 bis 10 k und ja am besten geht das hat mit solchen spielern und am meisten mache ich mit danilo und zwar dem 79 der 79er version von ihm ja also nicht mit der 77 er sucht einfach im dream sport nach danilo 79 und ja dann gilt ihn aus auf transfermarkt suchen und dann sucht ihr auch noch nur noch nach der edition von ihm und ja dann stellen wir einfach mal maximale sofort kaufpreis auf 5000 ein was gerade sein preis ist vor einer woche was waren es noch 4k 4800 und ja das funktioniert ganz einfach ihr geht einfach hier ans ende der liste drückt dreieck kreis dreieck kreis sucht einfach bis irgendjemand ihn für einen niedrigen preis liste das passiert immer dass irgendjemand den für 2 karl ist heute ist ja mittwoch einfach paar stunden warten bis das team of the week draußen ist bis leute wieder pecs ziehen dann geht seinen preis runter und am nächsten tag ist er wieder dann 2 3k mehrwert so einfach funktioniert ist oder er steigert euch ihn auf dem transfermarkt für billig gerade funktioniert das nicht so weil es halt niemanden gibt der ihn gerade sehr oft sieht also einfach warten bis das team auf der week draußen ist dann funktioniert das train auch schon 2200 hier begleite ich 2300 wenn ich den jetzt bekommen mache ich 3k gewinn und das funktioniert wirklich sehr gut mit diesem spieler mit benzemar mit james rodriguez und anderen spielern versucht einfach aus und ja und in der beschreibung ist der link zu meinem 600 abonnenten special falls sie noch nicht mitgemacht habe beim fifa turnier einfach unten mitmachen und jetzt gibt es auch einen preis also einfach unten in der beschreibung anschauen gibt dem video ein daumen nach oben für mehr trading guides tutorials und so weiter bald kommt pack opening für team of the season also abonniert hat rein was sagt es bist du schon